Ich grüße euch, meine lieben Freunde, hier bei uns auf dem wunderschönen Ernethof, wo das Volk Gottes heute sich zu einem wundervollen Ereignis versammelt hat. Wir hatten heute eine Wassertaufe, wo 27 Seelen ihr Leben Jesus Christus übergeben haben in der Wassertaufe. Haben das Gelübte dem Herrn geweiht und haben ihre Herzen ihm hingegeben. Von diesen 27 Personen waren es genau 10 Personen aus unserem Reha-Zentrum, in dem heute 60 Personen leben und sich rehabilitieren. Es waren wie gesagt 10 Brüder, die jetzt auch heute den Mut mit Gott geschlossen haben.